Moin, ich bin Adi. Ich bin Luridana. Und wir sind zwei Schweizer in Berlin. Wieso machst du das überhaupt? Ich wollte die Herausforderungen annehmen und sagen, ich versuche es. Und ich bin ein bisschen überrascht von mir selber und deswegen habe ich es auch angenommen. Wo bist du überrascht von dir? Was live angeht, vor allem was klassisch angeht. Ich hätte nicht gedacht, dass es mir so gefällt. Sie haben es eigentlich sehr gut angepasst, dass es so ein bisschen klassisch ist. Und das ist, was ich eigentlich mache. Es ist sehr authentisch geblieben. Du hast ja gesagt, es ist eine Challenge für dich. Was ist denn genau die Challenge für dich? Das Klassische. Gemischt auf meinen Songs. Ich glaube eher das. Wie ist jetzt der Stand? Wird es noch besser? Oder bist du schon so auf dem Stand, wo du sagst, jetzt ist es gut oder es kommt? Es ist besser, als wir gedacht haben, für den zweiten Tag. Aber wie du eben gesagt hast, es wird nochmal ein anderes gewesen, wenn das Orchester da ist. Und wenn man nochmal die Generalprobe hat. Und wenn man alles nochmal so ein bisschen live miterlebt. Ich glaube, das wird alles noch viel krasser. Kommt vorbei in Luzern, im KKL. Es wird grossartig. Ich sage jetzt einfach entweder oder und du sagst wieso und was. Live Band oder DJ? Äh, Live Band. Ich weiss nicht, es wird krasser einfach. Ufo oder Capi? Capitabra oder Ufo. Gut, wir gehen zu der nächsten. Berlin oder Emmerbrück? Emmerbrück, Alter. Du sagst Emmerbrück oder Emmerbrück? Emmerbrück. Safe. Lori oder Loredana? Lori. Wieso? Kürzer, angenehmer und schneller. Safe. Sagen dir alle Leute Lori? Safe. Nehme ich Deutschrap oder Schweizerrap? Jetzt darfst du nichts Falsches sagen. Bro, das ist das erste Mal, wo ich wirklich sage beides. Wirklich? Ja, ich liebe Schweizerdeutsch, aber nur beim EHZ und Zen. Bargeld oder Cash? Äh, Bargeld oder Karte? Bargeld. Festival oder eigenes Konzert? Eigenes Konzert. Natur oder Stadt? Natur. Wieso? Das ist voll missing, Bro. Jeans oder Jogginghose? Ähm, Jogginghose. Kann ich verstehen. Sneaker oder High Heels? Sneaker, Bro. Was ist das für eine Frage? Ich weiss nicht. Oliver, direkt weg. Gar nicht. Vielleicht kommst du im Kargeld mit High Heels? Nein, niemals. Also es kann schon sein. Du willst eine Ufo sagen? Nein, ich kann schon ein paar Mal an, wenn es nötig ist. Weil das so ausgesehen muss. Aber sehr, sehr selten. Sehr selten. Fahren oder gefahren werden? Gefahren. Gefahren selber. Ich bin absoluter Fahrer, Bro. In der Schweiz mit 120? Sehr schnell. In der Schweiz mit 180? Nein, scheiße. Lieber das Interview oder lieber nicht das Interview? Lieber nicht das Interview. Gut, das wäre es gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss zusammen.